Musik Ja, ich habe einen großartigen Künstler heute. Erstens mal bei uns in Wien, was einmal schön ist. Wir haben hier ein wunderbares Bild von dir. Das ist schon ziemlich eine große Leinwand. Wie lange hast du gemalt an diesem Bild? Wie lange hast du gemalt gehabt, weiß ich gar nicht mehr. Du gibst dieses Bild, das wird jetzt gespendet für einen guten Zweck. Ist das für dich wichtig, wenn du malst, dass du auch etwas Gutes tust? Auf jeden Fall. Ich tue gerne, Leuten helfen. Du warst heute schon, habe ich gehört, in der Fuchsvilla. Dass du dir dort ein bisschen was anschaut. Wie gefällt dir das? Wie bitte? Wie gefällt dir die Villa? Die ist sehr schön, die ist sehr groß und da sind auch schöne Bilder drin. Okay. Jetzt wollen wir natürlich wissen, von wo stammst du her? Von wo kommst du? Ich komme aus Köln. Ich habe noch zwei andere Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Die malen auch? Eine macht Musik und der andere weiß es nicht, was sein andere ist, wie sowieso es so ist. Wie lange tust du eigentlich schon malen? Also jetzt richtig professionell malen? Also seit sechs Jahren malen ich schon und es macht mir sehr viel Spaß. Macht das Spaß? Ja. Du verwendest, wenn ich es richtig sehe, verwendest du Acryl? Acrylfarben am meisten. Und ich mache mit Eddings und auch mit anderen Sachen. Wie kommst du auf die Ideen? Stehst du vor der leeren Leinwand und sagst, das male ich jetzt? Nee, das ist spontan. Ich gehe auch auf das Bild zu und gucke, um sie zu sagen, was ich da mache. Okay. Sehr gut. Ja, dann bleibt mir nur eins zu sagen. Es ist wunderbar, dass es so junge Künstler gibt, die auch an andere denken. Und ich habe das Gefühl, du wirst noch viel, viel Karriere machen. Dankeschön. Danke. Ja, jetzt habe ich einen glücklichen Gewinner da, einer Versteigerung. Und zwar geht es um ein Abendessen, glaube ich, mit Barbara Wusso. Jawohl, das ist richtig, genau. United Charity hatte diese Aktion drin. Und generell ist es immer schön, wenn man was für einen guten Zweck tut. Und Barbara Wusso da natürlich kennenzulernen, war für mich dann auch nochmal ein Highlight in der Geschichte. Und somit haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Also es passt. Wie kommt man auf die Idee, an so einer Versteigerung teilzunehmen? Na, ich habe auch in der Vergangenheit schon ein paar Versteigerungen mitgemacht auf dem Portal. Und wie gesagt, immer für einen guten Zweck. Und dafür ist man doch immer zu haben, wenn es geht. Und wenn es dann so ein Abendessen auch noch gibt, dann ist ja das ein zusätzlicher Anderer. Auf jeden Fall. Dann passt alles. Genau. Ein wunderschönes Abendessen mit einer bezaubernden Frau. Und hallo. Und dann noch für einen guten Zweck. Also alles prima. Barbara Wusso brauche ich, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Hallo, küsst Gott. Guten Abend. Botschafterin von Global Family. Heute ist es um eine Versteigerung gegangen. Ja. Ich bin ganz stolz drauf. Ich wurde ersteigert. Okay. Wie schön. Ja. Ich wurde ersteigert und ich freue mich wahnsinnig darüber für diesen guten Zweck. Für Global Family. Ich bin ja dankbar, dass ich endlich einmal da bin, weil ich bin fast das halbe Jahr nicht in Österreich, weil ich traumschiffend unterwegs bin. Und das hat sich wunderbar ergeben, dass ich ausgerechnet heute dabei sein kann und gesteigert werden kann und einen schönen Abend verbringen darf. Und jetzt haben wir einen ganz tollen Künstler dabei. Ja, ich habe ihn schon gegoogelt. Okay. Na klar, ich habe nachschauen müssen, wer kommt da jetzt? Ein berühmter junger Maler, du bist ja sehr jung noch und malst aber super. Muss ich nur sagen, ich habe einen Bruder, der auch toll malt. Den kannst du mal googeln, Sascha Wusso. Und ich sage dir, eines, die Malerei ist das Größte. Da kann man sich schön austoben, ausleben. Ganz wichtig. Das wäre ein wunderbares Bild. Ja, ich würde anschauen. Ha! Wie? Ja, toll. Na bitte, den Steffel in der Mitte. Ja, das war aber noch nicht alles. Sondern? Er wird auch heute... Jüngster Global Family Botschafter. Absolut. Herr Kollege, ich freue mich. Gut. Macht deine Sache gut. Du bist bei den Kleinen zuständig, ich bin ein bisschen Größeren. Kann nichts mehr schief gehen. Sollte doch nicht, oder? Dankeschön. Bitteschön. Danke. Das war's in die Ecke. Du hättest schon die Tüchter aufgenommen worden. So haben wir den Liedluch. Ja. Auch im Namen vom Gastgeber Florian Wille, vor allem im Namen unserer charmanten, tollen und unwiderständlichen Regierungsherrin, Barbara Rousseau. Bitteschön. Das war ein Herz so groß wie der Bodensee. Ja. Das haben wir schon gemerkt, in einigen Gesprächen, und den Vater kannte ich schon ein bisschen länger, und der geht nirgends vorbei, wo Not ist, und wenn er sofort helfen will, dann irgendwo auf der Straße, und die wollen essen gehen, und der sagt, nein, der Mann, der hat Hunger, der braucht nicht. Nein, wir gehen essen. Nein, jetzt, jetzt, jetzt. Und er sagt, du, das hat es. Das ist perfekt. Ganz toll. Also, allen lieben Dank, und so schön, dass wir auch in schwierigen Zeiten auch noch sich freuen und feiern darf. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Danke, einen schönen Abend. Zum Wohl. Palais Hansen, Kempinski Hansen war der Architekt. Wir feiern nächstes Jahr 150 Jahre Palais Hansen, die Ringstraße, auch zehn Jahre Kempinski in Wien, also nächstes Jahr ist ein Jahr der Festivitäten und der Feierlichkeiten. Jetzt wird bereits heute gefeiert. Wir haben gesehen, es gibt heute ein Abendessen zugunsten von Global Family, das Barbara Wusso, praktisch mit einer Familie, die dieses Essen ersteigert hat. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Anliegen, dass das Hotel hat, auch sozial tätig zu sein. Absolut. Nein, also Global Family ist eine von drei Charities, die wir unterstützen. Es ist eine Herzensangelegenheit für alle Mitarbeiter. Es ist einfach etwas Wunderschönes, was sie tun, um Menschen, denen es nicht so gut geht, einen Urlaub zu ermöglichen und glücklich zu machen, zu verwöhnen. Und ich hoffe, dass sie den Abend heute auch so erleben da drüben. Kann ich mir gut vorstellen, weil das ist ja wirklich ein traumhaftes Hotel. Jetzt möchte ich ein bisschen noch etwas über das Hotel erfahren. Was ist so die Besonderheit am Hotel? Die Besonderheit ist A, dass es ein Ringstraßenpalais ist. Also der Gast kommt ja nach Wien, um Geschichte zu erleben und hier kann er in der Geschichte leben. Das Haus hat wahnsinnig viele Geschichten, erzählt viele Geschichten. Hansen war einer der führenden Architekten seiner Zeit, ein Rockstar der Architektur damals. Man sieht die griechischen Einschläge, die er mitgenommen hat von seinem Studium in Athen, überall im Haus. Man findet immer wieder Säulen, kleine Nuancen, die auf den Architekten hinweisen. Wir haben 152 Zimmer, davon sind 54 Suiten. Wie man damals gebaut hat, sehr hohe Räume, sehr hell. Also es ist ein sehr, sehr offenes Haus. Wenn man das Haus von außen sieht, das ist 150 Meter lang, fällt zwei Meter ab am Ring, weil der Ring abfällt, was Hansen durch ein Stockwerk ausgeglichen hat, das es links gibt, aber nicht rechts gibt. Also wenn man vor dem Haus steht und genauer schaut, fällt einem das schon auf. Also es hat viele, viele Geschichten und viel, was man erleben kann. Wir machen viel mit Kunst, viel mit Musik, viel mit bildender Kunst, auch Ausstellungen, Vernissagen, Konzerte. Im November kommt jetzt ein Operettenabend mit dem Herbert Lippert und der Frau Raimondi. Also es ist immer was los, da tut sich was, weil der Gast will ja her und die Lobby für uns ist immer ein Ort der Begegnung, ein Ort der Kunst, der Kultur, des Austausches und das soll der Gast auch so miterleben, wenn er nach Wien kommt. Also so der Wiener Salon 2.0, sage ich mal. Jetzt, wenn man in dieser Lobby sitzt und nach oben sieht, hat man das Gefühl, das ist eigentlich ein Hof gewesen. Es ist ein Innenhof, also wir sind auch hier in einem Innenhof, es gibt drei Innenhöfe tatsächlich, die alle überdacht worden sind. Das heißt, wenn man in der Lobby sitzt, schaut man eigentlich auf eine Außenfassade, was ein bisschen skurril ist, aber die Überdachung dieses Bereichs hat uns eine Lobby geschenkt, die kein anderes Hotel in Wien hat. Es ist ein Konzertsaal, es ist ein Raum, der nach schreit, bespielt zu werden und wenn ich als Hotelgast ankomme und ich gehe durch die Lobby und es riecht nach Apfelstrudel und es spürt jemand Klavier und ich sehe die Bilder von den Prima Ballerinen, dann weiß ich, ich bin in Wien. Ich kann ja sagen, die Melange war einfach spitze. Wunderbar, das freut mich sehr. Da sage ich schon recht herzlichen Dank. Jederzeit kommen wir da gerne her, weil das ist wirklich ein ganz tolles Haus. Sie sind immer willkommen. Vielen Dank. Dankeschön.